Der heilige Ofenkäse hat ein Video zu Shuyoka gemacht. Naja, nix neues, aber der Inhalt ist neu. Let's go. Ofenkäse. Ja, moin moin Mette, meine lieben Freunde. Gestern ist wieder einiges passiert, denn es gab einige Gerichtsurteile bei Shuyoka und ihren Widersachern. Ja, jetzt kriegen wir es hier nochmal zusammengefasst. Wir haben uns beides jetzt einzeln angeschaut und hier nochmal eine Zusammenfassung. Und die werden wir uns gleich mal anschauen und vor allem auch anschauen, wie Shuyoka, Skoros und KuchenTV das alles bewerten. Denn da gibt es dann doch ein paar ganz interessante Sachen, wo sich die Ansichten dann doch ein bisschen unterscheiden. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, das könnte auch recht teuer werden für die liebe Shuyoka. Und vor allem das Nachspiel gestern Abend war dann im Grunde eine einzige Blamage für sie, die seinesgleichen sucht. Und die schauen wir uns gleich natürlich auch nochmal an. Ach, die Arme. Aber okay, eins nach dem anderen. Lass uns erstmal anfangen mit KuchenTV. Denn der hat gestern in Bezug auf Shuyoka auch ein Urteil bekommen, bezüglich eines Thumbnails von ihm. Und wir hatten das jetzt schon letztens mal bei einem Thumbnail drüber gesprochen, dass KuchenTV diese Thumbnail hier so benutzen darf. Und wo Shuyoka dann halt verloren hatte vor Gericht. Bei dem gestrigen Urteil war es nun so, dass KuchenTV ein Thumbnail benutzt hat, was er wohl so nicht machen durfte, weil er da den Mund wohl irgendwie bearbeitet hat und das Gericht meinte, das dürfe er an dieser Stelle nicht machen. Und an dieser Stelle, ich blende euch das mal ein, Props auch an KuchenTV. Er stellt sie jetzt hier nicht so hin und versucht irgendwie eine Ausrede zu finden von wegen, ey, das ist doch so gemein, eigentlich hab ich ja gewonnen, aber der Richter oder die Richterin hatte irgendwas gegen mich. Oder sowas in der Art, wie wir es ja schon vielleicht von anderen weiblichen Influencerinnen schon mal irgendwie gehört haben. Mir wurde das Thumbnail Jagd auf Shuyoka verboten, aber nicht wegen dem Schriftzug, sondern wegen dem Mund offen bearbeitet wurde und das Gesicht meinte, ey, das Gericht meinte, man erkennt nicht, dass es ganz, dass das ganz bearbeitet ist, daher nicht erlaubt. Sondern er twitterte, ganz ehrlich, dass Shuyoka halt vor Gericht gewonnen hat. Ganz fair, ohne große Probleme, auch mal zu sagen, dass sie gewonnen hat. So viel Rückgrat sollte man dann in so einer Situation auch haben. Also ein ordentlicher Schritt von ihm, wie es eigentlich sein sollte. Allerdings war das jetzt nur das erste von zwei Gerichtsurteilen, die gestern veröffentlicht wurden. Denn es gab noch ein weiteres Verfahren von Skurrus gegen Shuyoka und das war diese Sache bezüglich der Gamescom-Geschichte. Ihr kennt diese Story, ich hatte das in einem Video auch schon mal besprochen. Skurrus hatte mit einem Selfie-Stick auf der Gamescom gefilmt und Shuyoka hatte sich dabei belästigt gefühlt. Es ging jetzt bei diesem Verfahren darum, dass sie sich belästigt fühlen darf, aber nicht sexuell belästigt wurde. Ja, aber das muss man natürlich nochmal 30 Mal erwähnen, dass man aber belästigt wurde. Stimmt zwar faktisch gesehen immer noch nicht, aber man darf es ja behaupten. Das hat sie ihrer Aussage auch nie behauptet und daher war das einer von sechs Punkten in diesem Verfahren, den sie gewonnen hat. Wir können das jetzt mal auseinandernehmen, aber ich denke, wir belassen es jetzt erstmal dabei, dass Shuyoka sich halt belästigt fühlen darf, weil Gefühle darf jeder haben, wie er es möchte und daher ist dieser Punkt für sie gewertet worden. Auch wenn ein Skurrus das ein bisschen anders sieht und noch überlegt, dagegen vorzugehen, weil er der Meinung ist, sie meinte damit schon eine sexuelle Belästigung. Okay, das mal nebenbei, ein Punkt hat sie gewonnen von diesen sechs. Die anderen fünf Punkte in diesem Verfahren gingen alle an Skurrus und da ging es um folgende Punkte, die wir uns mal durchlesen, wie es von Skurrus' Anwalt aufgeschrieben wurde. Zitat, Ist das hier ein Ausschnitt aus dem Gerichtsurteil? Urteil, ja, tatsächlich. Nein, von Sarafi. Aber er hat das aus dem Urteil zitiert, oder? Neun, wenn ich mehr zeigen würde und das wäre gut für die Klicks. Fünf, unser Mandant sei ein Nazi-Troll. Zitat Ende. Das waren halt alles mal Aussagen von ihr, die sie mal so getätigt hat und Skurrus hat nun erwirkt, dass sie diese nicht mehr so behaupten darf, weil sie dafür halt keine Belege hat. Weil sie dafür halt keine Belege hat. Ein Beispiel dafür ist nämlich dieser Vorwurf, es gebe super viel Hate wegen sexistischem Verhalten von anderen Frauen ihm gegenüber. Das konnte sie nicht belegen und daher wurde das für Skurrus entschieden. Ist ja auch im Kontext von, sie wurde belästigt, gegen andere Frauen gab es sexistisches Verhalten. Ist halt offensichtlich, was da beim Zuschauer ankommt. Auch absolut klar. Man darf solche Aussagen nicht einfach so in den Raum stellen, weil solche Vorwürfe schon krass rufschädigend sind und man da schon klare Beweise für haben muss, wenn man sowas rauslässt. Und jetzt denken vielleicht ja einige, da hat sich Shuyoka wohl einfach nur in Fettnäpfchen gesetzt, weil sie was Falsches gesagt hat, was sie vielleicht jetzt später bereut hat. Oh nein, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn sie hat so... Nein, Shuyoka bereut nie. ...sogar eine Ausrede parat, warum sie denn keinen Namen vor Gericht nennen konnte beziehungsweise wollte. Weil es die Opfer nicht in Mitleidenschaft ziehen wollte. Wir hören da mal rein in ihr Statement von gestern. In dem gleichen Verfahren wurden noch zwei nebensächliche Punkte besprochen. Einmal, dass ich damals geäußert habe, dass er mehrere Betroffene belästigt hat. Das darf ich nicht weiter wiederholen. Das liegt unter anderem daran, dass das Gericht von mir konkrete Namen haben wollte und ich gesagt habe... Du musst halt beweisen, was du sagst, kurz gesagt. Das ist ja schrecklich. Ich nenne keine Namen, um andere Menschen zu schützen und weil ich sie nicht in diese ganze Scheiße mit reinziehen möchte. Und damit war ich auch bereit, das zu nehmen. Und mir war auch, das hatte ich auch schon kommuniziert, nach der ersten Anhörung bewusst, dass wenn ich keine Namen nenne, dann werde ich das verlieren und das ist okay. Ja, also die liebe Shuyoka hat sich aufopferungsvoll vor den Zug geworfen und absichtlich verloren, weil sie die Namen der anderen Damen nicht nennen wollte. Das klingt auch genau nach Shuyoka, muss man sagen. Also das klingt tatsächlich sehr glaubwürdig. Das passt zu Shuyokas sonstigem Verhalten. Absolut. ...schützen wollte. Ja, und das ist natürlich ein interessanter Schachzug, um aus einer Niederlage vor Gericht sich noch irgendwie moralisch überlegen, als Sieger rauszuziehen. Also wer glaubt ernsthaft, dass Shuyoka Unbeteiligte nicht gegen deren Willen mit reinziehen würde, wenn es darum geht, gegen jemanden, den sie absolut hasst, vorzugehen. Ich meine, das war jedoch bei der Ex-Freundin von KuchenTV, bei Gina auch vollkommen egal. Gina hat explizit sogar gesagt, soweit ich mitbekommen habe, dass sie nicht thematisiert werden möchte. Und Shuyoka hat es trotzdem gemacht. Warum war es ihr da egal? Und warum ist es ihr plötzlich nicht mehr egal? Wie kommt man denn darauf? ...als die Gute dazustehen. Also wenn ihr mich fragt, ich finde das eine recht lächerliche Argumentation, denn sie hätte dann ja auch einfach diese Unterlassungserklärung von Skurrus zu diesem Punkt akzeptieren können, von vornherein, wenn sie keine Namen nennen wollte und ihr klar war, dass sie diesen Punkt ja sowieso verliert, wenn sie eben diese Namen dieser Frauen nicht sagen möchte. Das wäre dann ja der eigentlich logische Schritt gewesen. Stattdessen geht Shuyoka lieber vor Gericht, verliert und muss jetzt dafür Kosten zahlen, weil jeder dieser sechs Punkte, die da im Skurrus-Verfahren entschieden wurden, einen Streitwert von 15.000 Euro hatte. Jetzt nicht verwechseln, das sind nicht die Zahlen, die sie jetzt bezahlen muss. Nein, das ist der Streitwert. Daraus berechnen sich dann Prozesskosten. Das ist der Wert jedes Punktes, der verhandelt wurde, um sowas wie Anwaltshonorare zum Beispiel zu berechnen. Aber natürlich kommen für jeden Punkt halt Kosten auf sie zu. Keine 15.000 Euro pro Punkt, aber jeder Punkt, wie der verhandelt wird, erhöht die Kosten. Und wenn ihr doch klar war, dass sie verliert, wieso dann überhaupt? Und warum bringt sie dann in ihrem Video wieder Aussagen, die sie potenziell angreifbar machen? Vielleicht, weil ihr Kosten komplett egal sind, solange sie immer noch Geld von ihrer Community sonst wie zugeschoben bekommt. Solange sie immer noch alt ihr Geld bekommt, ist ihr vielleicht alles egal, weil sie es eh bekommt und weil die Leute sie eh feiern. Umso härter und unlogischer sie gegen alles vorgeht, weil sie ja dann die krasse Kämpferin ist, die sich nicht von so ein paar kleinen Unannehmlichkeiten aufhalten lässt im Kampf gegen das Patriarchat als linksradikale feministische Kämpferin. Noch vor Gericht gehen und die Unterlassungserklärung dann nicht gleich akzeptieren? Verstehe ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass Shuyoka das selber auch nicht versteht. Denn ich persönlich glaube, es gab diese Frauen gar nicht und diese Ausrede von wegen ich will keinen Namen nennen, ist in meinen Augen einfach nur ein plumper Versuch, eine unwahre Behauptung irgendwie zu rechtfertigen, dass sie nicht als Lügnerin in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, die ihre Aussagen nicht belegen kann. Also im Grunde hat sie in ihrem Statement-Video dann gemeint, dass sie ja gewonnen hat und diese nebensächlichen Punkte dann gegen sie gewertet wurden. Aber die liebe Shuyoka will halt noch eine Instanz weitergehen und das wieder weiter verhandeln lassen, denn sie will ihn weiter Nazi-Troll nennen dürfen und somit werden jetzt nun wieder Gerichte damit belästigt und es wird weiter Geld rausgeblasen. Aber auch ein Skouros ist am überlegen, ob er bezüglich diesem einen von den sechs Punkten eine Instanz weitergeht. In seinem Video hat er nämlich gesagt, er will das eigentlich gar nicht, aber wir schauen mal, was noch passiert. Und da gab es dann gestern Abend einen Punkt, der vielleicht dafür sorgen könnte, dass Skouros seine Meinung ändert und das doch nochmal eine Instanz weiter treibt. Denn Shuyoka hat sich nochmal ja zu einem Video hinreißen lassen, was ich ja gerade schon eingespielt habe, eben wo sie halt sagt, sie wollte die... Ja, und in dem Video sagt sie halt, dass sie dagegen vorgehen möchte, dass sie in Beruf umgehen möchte und vor allem sagt sie einiges, was gegen dieses Gerichtsurteil verstoßen dürfte und vor allem auch, ähm, was Skouros wieder, äh, ja, wieder gegen sie verwenden könnte. Also sie tut sich mit diesem Video echt kein Gefallen, lebt aber halt so sehr in ihrer eigenen Welt, dass sie das nicht mal merkt, weil sie keine Ahnung von der Realität mehr hat. Weil sie mittlerweile so in ihrem Narrativ verblendet ist. Die Namen dieser Frauen nicht nennen und hat daher verloren. Nun wurde sie ja vom Gericht verurteilt, dass sie nicht mehr sagen darf, dass es andere Frauen gab, die wegen ähnlichen sexuellen Vorwürfen ihm super viel Hate haben zukommen lassen. Das bedeutet, die Aussage ist strafbar wahrscheinlich. Was sie aber in ihrem Video jetzt hier macht, ist ja darzustellen, dass es diese Frauen gibt, sie aber die Namen nicht nennen möchte. By the way, alle, die jetzt neu reinfolgen, kommt bitte, bitte auch auf den Discord-Server. Link ist hier gerade schon mal im Chat gewesen, aber ich poste die nochmal rein. Auch wenn ihr gerade bei YouTube zuschaut. Erstmal, könnt ihr gerne in der Mitte vom Video schon machen, Like und Abo dalassen, wäre ganz, ganz wichtig für meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und auf den Discord-Server kommen, ähm, Link ist hier gerade im Chat. Und bei YouTube in der Videobeschreibung. Genauso wie all meine anderen Social Medias. Schaut da einfach mal gerne vorbei. Bis dahin. Und halt nur deswegen verloren hat. Und wenn... Also, wir sehen uns halt dann dort. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, will Skouros dagegen natürlich jetzt nun auch wieder vorgehen. Und ich bin ehrlich zu euch, ich kann das... Und ja, der Onlyfans-Link funktioniert mittlerweile. Ausrufzeichen OF führt direkt zu Klaras Instagram. Das auch sehr gut verstehen, weil sie jetzt halt wieder versucht, gut durchblicken zu lassen. Es gibt diese Frauen. Und das natürlich dann wieder in diese rufschädigende Schiene reingeht, wo Skouros das vor Gericht ja erwägt hat, dass sie das nicht mehr machen darf. Aber dann gut. Wir werden sehen, wie es da jetzt noch weitergeht. Jetzt schauen wir uns mal an, was nach diesen ganzen Geschichten noch passiert ist. Denn jetzt wird's eigentlich lustig. Denn zum einen hat sie ja dieses Statement in Videoform gemacht, wo wir gerade schon reingeschaut haben. Und da spricht die liebe Shoyoka auch über die Gamescom und wie lange das schon her ist. Wir hören mal rein. Wie die meisten von euch mitbekommen haben, wurden letztes Jahr hunderte Videos hochgelaufen. Tausende. Hunderttausende. In denen mir vorgeworfen wurde, ich hätte jemandem fälschlicherweise der sexuellen Belästigung bezichtigt und ich hätte versucht, die Karriere eines unschuldigen Mannes zu zerstören. Und ich wäre sowieso der furchtbarste Mensch aller Zeiten. Und da haben sich ja ganz viele dazu geäußert und das bewertet und beurteilt. Vor allem Männer. Wer hätte das gedacht? Da waren aber auch Frauen bei. Warum spricht man denen die Meinung ab? Achso, das waren ja Women for Trump Frauen. Weil wenn eine Frau dieser woke, dieser woke politische Ansatz ist ja, jeder setzt sich für seine Interessen ein. Und wenn eine Frau eine andere Meinung hat als Shoyoka, dann kann das gar nicht so wirklich existieren, weil jede Frau ja für die Rechte von Frauen kämpft und jeder Mann ja für die Rechte von Männern. Und wer jetzt hier gegen Shoyoka ist, kämpft ja gegen die Rechte von Frauen und das dürfen Frauen ja eigentlich nicht, weil die ja für ihre Rechte sein müssen. Weil jedes Untergröppchen für die eigenen Interessen kämpft. Oder so ähnlich. Ach, keine Ahnung. Es ist mir auch zu kompliziert. Aber allein diese Vorstellung... ...hinterliegt, dass Skouros mich auf der Gamescom vor... Boah, es sind dutzende Jahre mittlerweile belästigt hat. Ja, liebe Schu... Das ist Gamescom vor Trump. Shoyoka, das war vor dutzenden Jahren auf der Gamescom. Ob sie wohl weiß, dass ein Dutzend zwölf sind? Aber hey, wir kennen das ja von anderen Influencern, diese zweistelligen Zahlen, die sind auch immer nicht ganz einfach hinzubekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das gleiche wird. Einstelliger Bereich sind doch so 10 bis 20, oder? Aber liebe Shoyoka... Einstelliger Bereich sind 10 bis 20. Das ist ganz korrekt. Shoyoka, wenn du so vor Gericht argumentierst, dann verstehe ich natürlich, warum du dann auch verlierst. Aber es wird noch besser, denn Shoyoka meinte, sie ist gar nicht verurteilt worden. Wir sehen das auch... Verurteilt in Anführungszeichen. Ja, Shoyoka lehnt anscheinend den Rechtsstaat ab. Auch hier in ihrem Tweet, was sie gestern Abend noch gepostet hat. Sie ist der Meinung, dass es dann wohl nur irgendwie eine Anhörung und Entscheidung war oder sowas. Keine Ahnung, wie man eine Entscheidung vor Gericht dann sonst ansehen kann, wenn man in 5 von 6 Punkten verliert. Aber Skoros hat dann zum Glück auch nochmal das Urteil online gestellt und da sehen wir auch ganz klar, dass da drin ist... Oh, das komplette Urteil ist online. Das ist ja gut. ...steht. Die Beklagte wird verurteilt. Ja, und alleine da hat sich das Internet gestern wieder köstlich drüber amüsiert, dass Shoyoka Videos und Tweets über eine Niederlage vor Gericht absetzt und versucht, das einzuordnen und sich dann gut darzustellen und dann nicht mal mitbekommen hat, dass sie verurteilt wurde für bestimmte Sachen, die sie jetzt nicht mal äußern darf. Da würde ich dir, liebe Shoyoka, den Tipp geben, lese dir doch erstmal sowas durch, bevor du dich dann halt lächerlich machst im Internet. Sie hat's durchgelesen, aber dann gemerkt, dass es nicht gut ins Narrativ passt und sich dann gedacht, na gut, die Leute aus der eigenen Bubble werden sich eh nicht vom Feind, also Feind in Anführungszeichen, für sie gibt's ja einen Feind, vom Feind informieren, dementsprechend stört's nicht. Lüge ich einfach. Meine Leute werden's mir eh verzeihen, die es sehen und die meisten werden's gar nicht erst sehen, weil die eh nicht den Nazi-Troll Skurrus glauben oder so ähnlich. Keine Ahnung. So kann ich's mir vorstellen. Das Schönste und Lustigste, was ich gestern Abend nach diesem ganzen Hin und Her über ihre Verurteilung dann auch gelesen habe, war aber eine Aussage von Shoyoka aus Juli 2024, wo sie im Discord über eben genau dieses Verfahren mit Skurrus jetzt gesprochen hat und wir lesen uns mal kurz durch, was sie damals dazu gemeint hatte. Zitat Ja, aber sie bekommt's ja immer noch nicht mit. Sie hat's ja immer noch nicht verstehen wollen. Shoyoka wacht auch wegen sowas nicht einfach auf. Passiert halt leider nicht. Das kann man noch so sehr hoffen, aber bis jetzt ist es noch nie passiert. Das ist halt ein Paradebeispiel, warum Shoyoka so wahrgenommen wird, wie sie im Moment von allen wahrgenommen wird. Eine überhebliche Person, die sowas einfach rausbläst, die den Bezug zur Realität dann aber gar nicht mehr hat und dann vom Gericht, wenn sie in der Realität wieder angekommen ist, ordentlich eins aufs Fressbrett bekommt, wenn sie halt in 5 und 6 Punkten verliert. Und soll ich euch noch mal was zu sagen, was durch diesen Tweet hier auch ganz gut klar wird? Sie ist ja der Meinung gewesen, sie würde komplett gewinnen. Wie kommt das denn, wenn du doch von vornherein eigentlich wusstest, dass du die Namen der anderen Frauen nicht nennen willst und dir klar war, dass du diesen Punkt dann verlieren wirst? Müsstest du... Shoyoka ist erst ganz spontan eingefallen, dass sie die Opfer schützen möchte. Das wusste sie vorher noch nicht. Und dann hat sie sich plötzlich dazu entschieden, die Opfer zu schützen und deswegen war ihr dann klar, dass sie es nicht gewinnen wird. Irgendeine Erklärung wird's auch dafür geben. Ansonsten, keine Ahnung, Kuchenfalls, denk dir was aus. Willst du das an der Stelle nicht eigentlich schon gewusst haben, dass du dir dann denkst, hey, ich will ja keine anderen... Nein. Nein, Shoyoka muss es nicht gewusst haben. Hallo, Shoyoka ist eine Frau. Dann werde ich diesen einen Punkt wohl verlieren. Hier hört sich das ja noch so an, als wenn du von einem Sieg auf ganzer Linie ausgehst. Liegt es vielleicht daran, dass es diese Frauen gar nicht gibt und du diese Ausrede von wegen, ich will die schützen und nenne die Namen daher nicht, aufgrund meiner moralischen Einstellung, dir erst überlegt hast, nachdem die erste Anhörung im August gelaufen ist? Ja, nachdem es einem bei Paulana und vor allem Gina eh schon egal war. Wie gesagt, Gina hatte explizit gesagt in der Vergangenheit bereits, dass sie nicht mehr mit dem Thema konfrontiert werden möchte. Shoyoka musste sie trotzdem als Framing gegen Kuchen-TV benutzen. Wissos sollte dann in einem Gerichtsprozess, wo es nicht mal wirklich in die Öffentlichkeit zumindest nicht zwangsläufig kommt, Shoyoka plötzlich so viel rücksichtvoller mit Opfern umgehen oder mit potenziellen Opfern. Warum? Es ergibt keinen Sinn. Shoyoka würde es nutzen, wenn es zu ihrem Vorteil wäre. Das hat sie in der Vergangenheit bereits mehrfach belegt. Könnte das sein? Aber nun gut, lasst uns mal noch über die Kosten des Verfahrens sprechen und da blende ich euch mal einen Tweet von Tobias Huch ein, der das mal ein bisschen durchgerechnet hat. Zitat, Es ist nur noch irre. Die Lügnerin Shoyoka wird schon wieder von einem Landgericht für ihre Lügen verurteilt und sie schwurbelt sich einen Sieg herbei. Shoyoka durfte sich belästigt fühlen. Na, einfach die nächste GoFundMe-Page, dann wird das schon. Sind ja nur 13.500 Euro. Plus das, was sie vermutlich gestern nochmal ausgefressen hat, indem sie schon wieder in ihrem Video Sachen behauptet hat, die sie zumindest mal wahrscheinlich nicht behaupten darf, wogegen Skurros auch wieder vorgehen wird. Also sind es mal wahrscheinlich nur so 15.000 bis 20.000 Euro, die man dann wieder bei einer GoFundMe-Page von der eigenen Community sammeln muss. Läuft doch bei Shoyoka. Ist doch alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wo euer Problem ist. Ich meine, besser, Shoyoka schmeißt dieses Geld da aus dem Fenster, besser das Geld kommt dem Rechtsanwalt und dem Richter zugute, als Shoyoka behält das Geld. Ich gönne es jedem Einzelnen davon viel mehr. Also beruhigt euch ruhig. Hallo Hugo und Chat. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Kommt alle morgen gut ins Wochenende. Love, halb love, eins, lulit, cosy. Äh, Mortis, wünsche ich dir auch. ... Gamescom, dass Skurros sie nicht belästigt und sich vorbildlich auf der Messe verhalten hat. Das Landesgericht Hamburg hat sogar festgestellt, dass die Äußerung Nazi-Troll in Bezug auf Skurros eine Straftat nach Paragraf 185 StGB ist. An beide Gerichtskosten laut Gerichtskostenrechner von denen Shoyoka fünf Sechstel, also 11.298, Euro 16 Cent bezahlen muss. Ich hoffe, dass ich das richtig berechnet habe. Streitwert sind 90.000 Euro. Zitat Ende. Und dann seht ihr unten dieses Gesamtkostenrisiko, wovon sie dann halt fünf Sechstel bezahlen muss, was dann etwas über 11.000 Euro sind. Ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist, aber wenn diese 11.000 Euro ... Ja, aber Tobias Huch kennt sich zumindest mal extrem gut mit Jura aus. Also, ich würde behaupten, es ist natürlich kein Volljurist, der das jetzt ganz exakt analysieren kann, sollte man trotzdem mit Vorsicht genießen, aber wenn Tobias das sagt, ist das schon mal tendenziell sehr richtig. Also, ich würde nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendein ganz grober Denkfehler drin ist, ähm, aber über sowas redet Shoyoka natürlich auch gar nicht. Das würde schon wieder nicht passen zu dem Narrativ, dass man alles immer gewinnt. Bestimmt, dann hat sie über 11.000 Euro dafür ausgegeben, damit ihr der Richter sagen darf, ja, sie dürfen sich so fühlen, wie sie sich fühlen wollen, bezüglich dieser Belästigung, aber alle anderen Punkte werden gegen sie entschieden. Ob's nun jetzt genau diese Summe ist, sei mal dahingestellt, aber irgendwo so in diesem Bereich wird's wahrscheinlich dann liegen und Shoyoka will ja noch mal vor das Oberlandesgericht eine Instanz weitergehen und vielleicht wird's gut. Aber die 100 Euro an Kuchen-TV, die kann man nicht zahlen, die sind dann wirklich zu viel, die müssen gepfändet werden. Ergibt schon alles Sinn in dieser großartigen Shoyoka-Welt. Alles voll logisch und so. Horus das ja auch noch mal machen und dann seine Sache noch mal nachlegen. Das muss also noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, wenn's um diese Kosten geht. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, ich warte nur darauf, dass ihr GoFundMe wieder angeschmissen wird aufgrund der Prozesskosten. Und da sollte sich auch jeder das mal überlegen. Die arme Shoyoka, sie darf schon wieder nicht über ihr Trauma sprechen. Ich wette, mit euch sowas kommt. Ich kann's mir schon bildlich vorstellen. ob ihr da vielleicht mal was gespendet hat oder da auch daran denkt, ihr irgendwas zu spenden, ob's da nicht vielleicht eine bessere Möglichkeit gibt, sein eigenes Geld zu verwenden. Zum Beispiel in einem Vokan werfen und zusehen, wie es verbrennt. Naja gut. Wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht, denn bei ihren gefühlt 15.000 offenen Verfahren, die sie gegen jemanden führt oder die gegen sie geführt werden, wird es vermutlich nicht lange dauern, bis dann die nächste Niederlage eintrudelt, die dann wieder auch ein paar Kosten verursacht. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, ob bald die Stromlos-Staffel kommt oder die AOK keine Fendung einreicht, nachdem ja schon Kuchen-TVs Anwälte eine Zwangsvollstreckung angeregt haben. Wir dürfen gespannt sein. In diesem Sinne... Ja, es wird niemals langweilig. Das ist immerhin das Gute daran. ...behauptet keine Sachen, die ihr nicht beweisen könnt. Auch du nicht, liebe Pia. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich... Metal Love, meine Freunde! Leute, folgt alle mal dem heiligen Ofenkäse hier. Ja, macht das. Und vor allem folgt mir. Das könnt ihr da unten machen. Like und Abo dalassen wäre auch sehr nice. Auf Twitch könnt ihr irgendwo da vorbeischauen. Das ist so ein eckiges Profilbild. Das ist mein Twitch. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Spazie bis... Spazie bis...